Mensch Thomas, das ist aber aufmerksam von dir. Da hast du jetzt aber ein bisschen viel gekocht. Meinst du nicht? Finger weg. Das ist nicht für dich. Äh, für uns. Das ist für den Neuburger Tiger. Damit er uns nicht frisst. Alles klar. Ja, ich habe mir auf neuburger.at diese Broschüre bestellt. Und jetzt kommt's. Gratis. Siehst du, was da steht? Rezepte für Neuburger Tiger. Ja. Ich habe ja alle gemacht. Zur Sicherheit. Aber Thomas, das ist doch nur ein Film. Ja, und Titanic ist auch nur ein Film.